Ich arbeite gerne auf der Intensivstation, weil ich es schätze, eng mit den Patienten und den Angehörigen arbeiten zu dürfen. Ich bin Teil eines professionellen, fachübergreifenden Teams, das maßgeblich zu der Genesung der Patienten beiträgt. Und trotz dieser schweren Situationen und Erkrankungen erfahre ich sehr viel Dankbarkeit von Patienten und Angehörigen, was mir selber das Gefühl gibt, etwas Gutes zu tun. Die immer weiter fortschreitenden Veränderungen in Medizin und Pflege, sowie die immer komplexer werdenden Krankheitsbilder, die ich in den letzten 27 Jahren hier auf der Intensivstation tagtäglich erlebe, stellen eine wiederkehrende Herausforderung dar, der ich mich neben meiner Arbeit als Praxisanleiter und Teil des Reanimationsteams mit Engagement widme. Ich arbeite gerne auf der Intensivstation, weil mir die Arbeit zwischen pflegerischem und ärztlichem Team sowie der Physiotherapie sehr gefällt und wir alle gemeinsam zum Wohl des Patienten handeln.